Herzlich Willkommen auf dem Vlog von HabitWay. Hallo, das heutige Video führen wir mit Philipp Weidemann, Studiengangskoordinator und Praxisreferent für Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen an der Hochschule Fulda. Wir starten auch so gleich mit der ersten Frage. Was für Interessen und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um Praxisreferent für Sozialwissenschaften zu werden? Also Fähigkeiten würde ich mal als erstes sagen, Grundvoraussetzung ist natürlich ein abgeschlossenes Studium, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe selber auch Sozialwissenschaften mit interkulturellen Beziehungen studiert und das war dann die formale Voraussetzung, um überhaupt diese Stelle zu beginnen. Und für diesen Bereich, der ja ein kleinere Teil meiner Stelle ist, dieses Praxisreferat, würde ich sagen, wichtige Interessen sind auf jeden Fall, dass man sich überhaupt für diesen ganzen berufspraktischen Bereich interessiert, also die Fragen, wo kann es beruflich noch hingehen, außer jetzt beispielsweise der akademische Bereich, dass man offen und interessiert ist und auch Lust hat, mit Praxiseinrichtungen, Organisationen auch in Kontakt zu treten und zu gucken, inwieweit man Kooperationen aufbauen kann, damit man Wege für Studierende und Zugänge zur Praxis ermöglichen kann. Was macht die Arbeit im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften für dich aus? Also, ich will mal sagen, es sind sehr vielfältige Tätigkeiten, die ich hier jetzt seit, das ist jetzt das neunte Jahr, dass ich hier arbeite, die ich mache und was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass eigentlich ich als Status wissenschaftlicher Mitarbeiter trotzdem ziemlich aktiv mitbeteiligt daran bin, auch dieses Studienprogramm, ich sag mal, immer wieder auch weiter zu entwickeln. Und wir haben da vielfältige Möglichkeiten, auch durch Evaluation und Rückmeldung von Studierenden, da sind in den letzten Jahren viele Sachen verändert worden. Und ich finde es sehr schön, dass hier eine Atmosphäre ist, dass man sich sehr kreativ und mit eigener Initiative einbringen kann, gehört wird. Und wenn die Vorschläge, die man einbringt, Sinn machen, dann werden die auch umgesetzt. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Und auch, ich würde sagen, dass wir relativ flache Hierarchien zwischen den Statusgruppen haben. Also es ist eine sehr kommunikative Atmosphäre, es ist viel Austausch auch da und da ist viel möglich. Was macht die Arbeit an einer Hochschule für dich aus? Was für Vorteile bieten sich Berufseinsteigern durch den Kontakt mit Professoren? Also vielleicht so ein bisschen, wie ich es gerade schon gesagt habe, was mir gut gefällt, ist, dass insgesamt jetzt, ich kann jetzt nur für die Hochschule Fulda sprechen, weil ich ja nicht an anderen Hochschulen bisher gearbeitet habe, dass hier insgesamt eine sehr, ich sag mal, kreative Atmosphäre ist. Also die Fachbereiche entwickeln sich weiter, es sind viele, viele Neuerungen in den letzten Jahren hinzugekommen. Und da ist eben, wie ich es schon gesagt habe, viel möglich, sich einzubringen. Der Kontakt zu Professoren, ich kann das vielleicht mal so ein bisschen sagen, vielleicht anhand meiner eigenen Biografie. Ich habe ja das Studium abgeschlossen mit Bachelor und habe dann irgendwann drei, vier Monate nach meinem Abschluss eine Mail bekommen von der damaligen Koordinatorin, hey, wie sieht es denn aus? Wir haben hier diese Stelle ausgeschrieben und wir würden gerne ehemalige Absolventinnen und Absolventen auch uns wünschen, dass sie sich bewerben. Und ich habe das damals gemacht und ich habe nie bewusst Kontakt gesucht, aber was ich zum Beispiel während meine Studiums gemacht habe, ist, dass ich mich viel an außercurrikularen Veranstaltungen beteiligt habe. Also ich habe Moderation für Veranstaltungen gemacht, ich habe Dinge mitorganisiert, Abendveranstaltungen mitorganisiert, einfach, weil ich Lust drauf hatte und nicht, weil ich mir irgendwas dafür versprochen habe. Jetzt kann man das natürlich auch bewusst als Weg wählen und ich glaube, so bewussten Kontakt zu suchen ist immer hilfreich, weil Beziehungen, die dadurch entstehen, sind wichtige Türöffner, dass man auch nur Hinweise bekommt auf Bewerbungs- und Ausschreibungsverfahren oder ähnliches oder dass jemand einem ein gutes Gutachten schreibt oder ein Arbeitszeugnis. Also das lohnt sich auf jeden Fall im Hinblick auf Berufseinstieg, da Kontakte auch herzustellen, zu halten und zu pflegen. Kann man als Mitarbeiter eines Fachbereichs Karriere machen, beziehungsweise gibt es Aufstiegschancen oder zeichnet sich dieser Beruf durch etwas anderes aus? Ich sage mal, soweit ich das überblicke, ist natürlich der klassische Weg, wenn du jetzt im akademischen Bereich beruflich wirklich Fuß fassen willst, ist ja so, dass man die ganzen Abschlüsse durchläuft, bis hin zur Promozonen oder vielleicht, wenn man später sich überlegt, auf Professuren zu bewerben, vielleicht auch Habilitationen. Also, dass man diese ganzen klassischen Aufstiegs-, an Abschlüsse gebundene Aufstiegswege eben einschlägt. Ich persönlich habe das nicht gemacht. Also, ich habe nach meinem grundständigen Abschluss für mich gesagt, auch aufgrund von, dass ich Familie habe und so weiter. Ich möchte nicht weiter studieren und auch schon fortgeschrittenes Alter damals. Ich bleibe da. Ich würde jetzt sagen, allein durch meinen Abschluss sind so potenziell Aufstiegschancen gedeckelt. Also, ich müsste einen Master machen, wenn ich Lust hätte, irgendwie Abteilungsleitungen zu übernehmen oder so oder noch weiter. Das heißt, es ist sehr stark in diesen Bereichen an die Abschlüsse abgekunden. Aber die Chancen gibt es und viele Leute schlagen die auch ein. Teile uns gerne deine Fragen zum Thema Jobs und Perspektiven mit, damit wir diese an Experten richten können. Wir freuen uns auf dein Feedback.